Shundo Aoyama Ich habe einmal eine Geschichte über eine Reise durch Himmel und Hölle gehört. An beiden Orten sah der Besucher zahllose Menschen an einer Tafel sitzen, auf der viele köstliche Speisen standen. An die rechte Hand der Menschen waren über einen Meter lange Essstäbchen gebunden, während ihre linke Hand an den Stuhl gefesselt war. Die Menschen in der Hölle versuchten, ihre Arme so weit wie möglich auszustrecken, aber die Essstäbchen waren zu lang, als dass sie es hätten schaffen können, einen Bissen in den Mund zu bekommen. Sie wurden ungeduldig und ihre Hände und Essstäbchen verfingen sich in denen ihrer Nachbarn und gegenüber. Die Leckerbissen wurden überall hin verstreut. Im Himmel dagegen benutzten die Menschen ihre langen Essstäbchen, um die Lieblingsspeise eines anderen aufzunehmen und ihm an die Lippen zu führen und wurden ihrerseits auf die gleiche Weise von anderen gefüttert. Sie alle genossen ihr Mal in Harmonie. Sie alle genossen ihr Mal in Harmonie.